In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich zeigen, welche Schritte im Teams Admin Center notwendig sind, um die Eltern-App zu aktivieren und wie Genehmigungen durchgeführt werden können. Ich bin hier im Admin Center angemeldet und wähle links in der Auswahl nun das Teams Admin Center. Das Teams Admin Center ist nun geöffnet, am linken Rand klicke ich nun auf die Teams Apps und wähle dort Apps verwalten. Es öffnet sich nun eine lange Liste mit Apps und im Feld Nach Namen suchen kannst du nun nach Eltern suchen. Du siehst nun die Eltern-App, die verfügbar für alle User in deiner Organisation wäre, allerdings blockiert wurde. Das ist auch die Standardeinstellung für die Eltern-App. Möchtest du die App nun in deiner Schule aktivieren, klickst du auf Eltern, die Übersicht öffnet sich und hier am oberen Rand des Bildschirms kannst du nun auf App freigeben klicken. Die App ist somit freigegeben worden und wird nun schrittweise in deiner Organisation ausgerollt. Gehe bitte nicht davon aus, dass nach dem Klick sofort die Eltern-App für alle User in deiner Organisation sichtbar ist. Es kann schon einige Zeit dauern, bis die Eltern-App wirklich in allen Teams durchgehend sichtbar ist. Zur Kontrolle gehe ich nun noch einmal zurück zu Apps verwalten. Suche nun noch einmal nach der Eltern-App und sehe nun, die App wurde entsperrt und ist verfügbar für alle. Damit ist die vorbereitende Arbeit im Teams Admin Center bereits erledigt. Ich habe mich als Admin nun in Teams angemeldet und wenn ich auf die Aktivitäten gehe, sehe ich hier eine große Zahl an Genehmigungsanfragen. Hier habe ich nun die letzte Genehmigungsanfrage geöffnet. Angefordert wurde sie von Phil Stangl und es wurde angefordert, dass ich für den Demo-Vater die angegebene E-Mail-Adresse genehmige. Fällt mir hier auf den ersten Blick kein Tippfehler oder ein anderer offensichtlicher Fehler auf, klicke ich nun auf Genehmigen und schon wird die Genehmigung nun an den anfragenden Lehrer oder Lehrerin geschickt und die Person wird benachrichtigt, dass die Anfrage genehmigt wurde. Damit hätten wir uns nun alle Schritte gemeinsam angesehen und du weißt nun, wo du die Eltern-App freigeben kannst und wie du Genehmigungen abarbeiten kannst.